Die Association Sportive e-Kulturelle Leggelt A ist ein Fußballverein aus dem französischen Überseegebiet Guyane. Der 1957 gegründete Klub trägt seine Heimspiele in Kourou im Stade Dubois-Schordat aus. Zudem ist die ASC Gründungsmitglied und mit neun Titeln Rekordmeister des Championnat de Guyane de Football. Der höchsten französisch-goyanischen Spielklasse sowie mehrfacher Gewinner verschiedener nationaler und internationaler Pokalwettbewerbe. Historie Unter der Führung von Gerard Holder, der vom französischen Klub Red Star Paris nach Guyana kam, wurde 1957 die ASC Leggelt A gegründet. Der Zusatz Leggelt A wurde als Akronym aus den Initialen der Klubgründer gebildet. Erster Präsident des Vereins wurde Juster Riemane. Fünf Jahre später, am 22. Oktober 1962, trat man der Ligue de Football de la Guyane, dem ebenfalls jüngst gegründeten Fußballverband, sowie einen Monat später der Federation Française de Football bei. 1985 gelang dem Verein der erste Gewinn der nationalen Meisterschaft, dem insbesondere im 21. Jahrhundert weitere nationale und internationale Erfolge folgten. Mit jedem der bisher neun Meisterschaftstitel ist auch die Teilnahme an der Coupe de France verbunden. Bei der man im Jahre 1989 bis ins 16. Finale vorrücken konnte, dort jedoch mit 11 nach 12 nachts FC Nantes scheiterte. Im 21. Jahrhundert gelangend dem Verein auch erste Erfolg auf internationalem Niveau. So gewann man 2005 die Coupe de O.M. an der Vereine mehrerer französischer Überseegebiete beteiligt waren. 2008 folgte der Gewinn der Coupe des Guyanes de Football an der Vereine der drei südamerikanischen Festlandstaaten französisch-guayana, Guayana und Surinam teilnahm. Erfolge Französisch-guayanische Meisterschaft 1984, 85, 1987, 88, 1988, 1988, 89, 2001, 2003, 04, 2004, 05, 2007, 08, 2008, 09, 2009, 10. Französisch-guayanischer Pokalsieger 1979, 2007, 2009, 2010 Coupe de O.M. 2005 Coupe des Guyanes de Football 2008 2008